Hallo, mein Name ist Angela Hommfeld. Ich bin Personal Trainer, Coach und Yoga-Lehrerin und komme aus Essen. Ich möchte mit dir eine Achtsamkeitsübung machen zur Schulung deines Atembewusstseins. Die meisten von uns atmen verstärkt im Brustbereich. Dabei ist die tiefe Bauchatmung die viel gesündere. Durch eine tiefere Bauchatmung wird der Körper ruhiger, die Muskulatur wird geschont und dein Herz-Kreislauf-System beruhigt sich. Du kannst diese tiefe Bauchatmung insbesondere in Stresssituationen anwenden, um ruhiger zu werden. Du benötigst für diese Übung eine bequeme Unterlage, eine Matte und bequeme Kleidung, die dich im Bauchbereich nicht einengt. Komme nun in eine bequeme Rückenlage. Deine Arme liegen neben dem Körper, deine Handflächen sind Richtung Decke ausgerichtet. Deine Füße fallen entspannt nach außen. Nimm nochmal wahr, ob du irgendwo Anspannung in deinem Körper spürst und versuche hier bewusst loszulassen. Deine Augen sind geschlossen. Gehe dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Nimm wahr, wo du deine Atmung am deutlichsten spürst. Das kann im Nasenbereich sein, im Brustbereich oder aber im Bauchbereich. Und dann bleib dort mit deiner Achtsamkeit, wo du die Atmung am deutlichsten wahrnimmst und nimm jede Einatmung und jede Ausatmung wahr. Ohne zunächst deine Atmung verändern zu wollen. Und dann bleib dort mit deiner Achtsamkeit, und du bist der Atmung amượcat Corey, der Atmung amollowing hier imcontrolat, intern und der Atmung am опытen. Und dann bleib dort mit deiner Achtsamkeit, im Kopf undеф't ein bisschen vieles zu beten. Und dann behalbe deine Atmung an sampai lebt. Und dann bleib dort mit deiner Atmung und lebe deine Atmung an und lebe deine Atmung um ws zer. Und dein Herz vanräger 귀 Glasgowario. Stände nun auf deinen Unterbauch, ohne dass sich die Finger berühren. Und jetzt nimm in diesem Bereich deine Atmung wahr. Versuche nun diese Atmung tiefer fließen zu lassen in deinen Bauch. Mit jeder Einatmung hebst du die Bauchdecke Richtung Hände und jede Ausatmung lässt du die Bauchdecke wieder sinken. Mit jeder Einatmung hebst du die Bauchdecke Richtung Decke und jede Ausatmung ziehst du den Nabelpunkt Richtung Wirbelsäule. Du atmest ein und tief aus. Atmest ein und tief aus. Stell dir vor, dass du in die Hände hinein atmest. Und nimm die Bewegung wahr deiner Hände, die durch die Atmung entsteht. Lass die Atmung weiter tief bis in den Bauch fließen. Du atmest ein und aus. Du atmest ein und aus. Tief in den Bauch hinein und aus. Tief in den Bauch hinein und aus. Leg die Hände dann wieder neben deinem Körper ab, dreh die Handflächen Richtung Decke, halte die Augen noch geschlossen und spüre nach. Vielleicht kannst du ein Gefühl von Schwere oder Entspannung wahrnehmen. Versuch die Atmung jetzt wieder normal fließen zu lassen, ohne sie beeinflussen zu wollen. Bring deine Aufmerksamkeit dann wieder in deine Füße. Vielleicht magst du sie kreisen oder strecken. dann in deine Hände. Reck und streck dich im ganzen Körper, wenn du magst. Und dann komm in deinem eigenen Tempo über die Seite zurück ins Sitzen. Schließ die Hände nochmal vor der Brust. Schenke dir ein inneres Lächeln. Namaste. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest entschleunigen und etwas Achtsamkeit genießen. Ich freue mich über deine Kommentare und Anregungen. Möchtest du mehr Achtsamkeit trainieren, findest du alles hier und hier.